Mars Mission gibt mir ein Go oder No-Go für den Start. Mission Control, wir sind bereit. Zehn, neun, acht, sieben, sechs... Sir, das ist der Sponsor. Moment bitte. Sir, die Daten zeigen, wir müssen das Logo größer machen. Danke Mission Control, wir sind bereit. Wieder. Neun, acht, sieben, sechs, fünf... Sir, schon wieder der Sponsor. Die Daten zeigen, Millennials gefällt die Farbe nicht. Und wir brauchen ein Hashtag. Neun, acht, sieben... Was? Search-Daten belegen, Mars ist nicht mehr trending. Sie sollen Kurs nehmen auf Pluto. Pluto? Pluto! Vier, drei, zwei, ein... Was ist passiert? Sorry, Leute, die haben ihr Budget verbraten. Wir müssen den Start auf Kur 4 verschieben. Was? Ist doch nur nicht wahr! Los geht's! UFI!